Grüßchen, da sind wir wieder und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir uns jetzt wieder voll in einen Endgegner reinhauen und dass wir es nicht so schnell schaffen werden. So läuft es. Geil, okay. Wie soll ich das denn machen? Ich muss gerade mal gucken. Ich muss jetzt... Aberll ist er funktionieren. Ich muss also... Ich muss noch davon abnimmhen. Sie müssen in uns eben die Einladung sein. Ich muss ja... Was ist sicher nicht, was ich schon mal darin? Ich muss ja auch nicht, was ich über die Luft gekriege bin. Ich fühle mich ein bisschen mit, wie es dein Gewicht ausgeht. Ich fühle mich einfach. Schau nicht, wie wir jetzt. Ich fühle mich einfach nicht. Okay. Ohhhh, wieder was neues gekriegt, aber wir haben eh keine Punkte, oder haben wir? Ohhhh, da haben wir mal, bei den anderen, oh, sehr nice, hm, da machen wir das mal, sieht es bei mir aus, der Anstieg, mach mal vorbei. Könnte irgendwie trotzdem nützlich sein. Überall was, ich will jetzt auch nicht alles machen, also, dass wir so viel kämpfen müssen. Aber gucken, dass wir alles mitnehmen können, wegen neuer Waffen. Mh, da. So ein Gruß lustig. Ich glaube eher weniger, aber doch. So lange, das wird nicht. Wir sind doch sehr stark. Ja. Ja. Okay. Äh, stopp, da komme ich gar nicht hin. Okay. So weit springen kann er. Was war das denn jetzt? Das war jetzt ein bisschen sehr komisch. Ja. Ja. Fiatisch. Fiatisch. Okay. Hier ist es ja, hier ist es nicht schön. Okay. es wäre nice wenn du uns heilen könntest ok sie ist auch gleich gut ja das war mir klar das war mir klar na gut man kann auch nicht direkt alles schaffen okay das war schon heftig wir gehen zum zielen wir haben nichts gesammelt also bringt uns das nichts oder so zeug zum auf der verkaufte lebenstränkel ja und außen bringt uns nichts bringt uns nichts und genauer looks like we found our mystery resident the snake eyes must have kept it here in case of intruders we can't let it slow us down we can't do it we can't do it jeden fall, jetzt hast du schaden Was ist das? Oh, das kann jedenfalls werden Oh oh Jetzt haben wir glaube ich nichts mehr zum wiederbeleben Nee, aber nicht Er bringt nichts Rangen Pass auf Okay Ich bin auch dort Ja, warum läuft die nicht? Okay, das passt So, ja, wir suchen uns einfach noch mal Äh Strategie Für Hm Ja So So Okay Ich habe nicht erwartet etwas so groß Sie wollen sich sicher, dass wir nicht verlassen Und wir müssen es nur aufhören Für alle Was war das denn jetzt? Was Braum ich mal Danke Danke Okay Danke Oh, sehr gut! Was? Können wir gar nicht denn da erwischen Was? Können wir gar nicht? Sehr nice auf jeden fall kein einfacher gegner das konnte ich nicht abhauen ein bisschen aufpassen schön dass du es gehalten hast nein okay ein ende das war klar das war klar dann zu stärken so gesagt da muss ich mich ein bisschen besser vorbereiten auf das was ich auch gesagt hatte und wie gesagt wenn es euch gefallen hat gerne ein däumchen da lassen oder könnten mir auch gerne ein rat geben was ich da tun soll viel viel können wir da nicht machen außer trainieren das ist schon ziemlich stark dann würde ich auch sagen dann sehen wir uns in der nächsten rolle bis dann so 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 so